Hallo und Willkommen zurück zu meinem Super Mario World Let's Play. Wir sind im letzten Part hier stehen geblieben. Und mal schauen, wenn es hochkommt, könnte das schon der vorletzte Part werden. Je nachdem, wie geschickt ich mich anstelle. Vielleicht sollten wir das nächste Mal oben lang fahren. Vielleicht wäre das besser, etwas sinnvoller. Diesmal haben wir auch ein Yoshi, aber ich glaube, der konnte die nicht fressen. Oh, nein, ich möchte nur nach oben. Danke. Ich würde gerne noch mal nach oben. Ach ja, was vielleicht auch erwähnenswert ist, in diesem Special Cup... Oh, wir brauchen im Kreis. Nein, nein, nein. Oh, was soll's? Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich, wir waren wieder auf der Linie. Tja, scheiße war es gewesen. Na, wie dem auch sein. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau, mit dem Special Cup. Was vielleicht noch erwähnenswert wäre, ist, dass es hier keinerlei Geheimgänge geben wird, in diesem Cup. Also, uns wird schon mal eine Last quasi genommen. Ich weiß nicht, ich eck ständig hier an. Das ist aber auch eine blöde Stelle. Aber ich weiß, ich habe noch eine Feder. Oh, die spare ich mir auf. Diesmal fahren wir oben lang. Oben lang ist schöner. Würde ich jetzt mal so stuhl behaupten. Kann man sich doch schon wegducken. Und nein, wir hätten es oben lang bleiben lassen sollen. Das war so klar. Gut, wir fahren jetzt zur Runde nach oben. Oben lang wollen es cool. Voll cool, Mann. Und... Ich auch. Das ist das Special Cup. Das ist wirklich die letzte große Hürde. Wenn wir diese geschafft haben, möchte ich euch dann, je nachdem, wo wir dann rauskommen, nach dem Special Cup... Ups, ich wollte eigentlich nochmal in zweiter Form, aber na gut, von mir aus. Ähm, je nachdem, wo wir rauskommen, hatte ich eigentlich noch vorgehabt. Das heißt, wenn ich bis dato noch die Feder besitzen sollte... Äh, shit. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Fuuuck! Oh. Und tschüss. War nett mit euch. Oh mein Gott, zum Schluss noch so viele Fails. Na gut. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Ich glaube, es wird doch mal ein paar Parts geben. Hahaha, wenn ich mich weiter so doof anstelle. Versuch mal, uns dies nur zusammenzureißen und rein gar nichts zu drücken. Einfach ducken. Ey, das zieht du immer mit so richtig über den Kopf drüber. Ups, jetzt hab ich geschlafen. Hahaha. Och mein, oh. Ich bin aber auch ein... Ein Depp, ich weiß auch nicht. Oh, es ist schon spät. Dann kann ich schon mal vorkommen. Ja, ja, ja. ich nicht wirklich nicht Elke Lapp wo geht's hier lang Prozent ihr seid witzig wer überhaupt nicht witzig das heißt abzukratzen ja dieses Bescheid haben wir hätten er geht die werden alle so werden und so ähnlich werden in Höhe ich hoffe von dem Väter nicht so ähnlich nicht wahr Mann ich wollte dagegen springen gut okay hier unten durften wir jetzt nicht dagegen springen sonst hüpfen wir gleich wieder in die Wäsche aber ich hab nicht vor irgendwann lernt man was für ein Fehler nicht wahr jetzt hätte ich die Feder aktivieren haben müssen Och Menno das wird schon wieder so ein Let's Fail von mir werden weil es so schön war Nein ich wollte nicht unten lang unten lang ist er tot aber jetzt muss ich oben lang weil unten lang würde ich abkratzen hätte ich mich jetzt noch ein Stückchen weiter rüber gestellt hätte ich diese beiden überlebt habe ich aber nicht Ich weiß nicht ob das in diesem Part noch was wird La 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 Ups Ich bin aber auch ein Depp Also sowas Dapsiges ne ne neem also manchmal bin ich direkt selbst von mir enttäuscht und nein Ich bin stur Ich möchte meine Feder nicht aktivieren Feder nutzen kann jede um und wollte jetzt nicht laufen und noch mal ich glaube dieses Level hat uns genauso sehr lieb wie Larrys Turm Barrys Castle Castle ist ja eigentlich ein Schloss oder eine Festung oder sowas ne ich glaube Schloss war das gewesen Castle so und ich sag nix mal dazu Nein Gott sei Dank Uhuhu oh das sieht gut aus das gefällt mir direkt hier bitte um ein Jackpot jetzt war er schon fantastisch gewesen nein ich komm nicht rein na gut da ich jetzt Aussichten habe auf einen Jackpot demnächst also ich hoffe es zumindest das sind diese oh ne oh nö oh nö ich hab was gewahrt ich hab was gewahrt und hochklettern los nicht irritieren lassen m m m klettert und klettert und klettert und klettert und klettert und nein nicht loslassen m m ein verflucht Okay noch mal noch mal noch mal wir haben auch nicht genug bekommen Nein Ich kannst mich das nicht lassen wie sie es schon kommen Bis zum Schluss verstanden wir noch alle von 90 Leben das würde ja auch gerade so fehlen Schauen wir mal die oben lang oben lang von ist voll cool man Och! Schwenkert Da-da-dam-dam So und das sind wir wieder hier Und nein wir können keine Eoschildflügel benutzen und ich muss an meiner Maus röteln Wo flucht Ah Na gut okay Also dann Leute ich würde sagen mit diesen Na mit diesem Fail beende ich erstmal meinen Part und wir sehen uns beim nächsten Mal Sorry nochmal Tschüss